Hallo liebe Community, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Work-Life-Balance. Der Begriff Work-Life-Balance steht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben. Das Ziel dieser Lebensweise ist es, eure privaten Interessen mit eurer Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Denn euer persönliches Engagement auf nur jeweils einen der beiden Bereiche zu konzentrieren, könnte dazu führen, dass ihr eure eigene Lebensqualität einschränkt, ohne es zu bemerken. Eine gute Work-Life-Balance ist offenbar gar nicht so einfach umzusetzen, wie die zunehmenden Erkrankungen in Verbindung mit Stress vermuten lassen. Temporär ist eine Vernachlässigung des einen oder anderen Bereichs gewiss ohne größere Folgen möglich. Bei einem dauerhaften Ungleichgewicht sind die Konsequenzen in der Regel ernsthaft der Natur und manchmal leider ein Dauerzustand. Möglicherweise ist es für euch schwieriger, euch euren beruflichen Aufgaben zu entziehen, als euren persönlichen Verpflichtungen und Interessen. Im Privaten werden gerne hohe Zugeständnisse zugunsten des Berufs gemacht, denn vermeintlich steht in diesem Lebensbereich ja kein Job auf dem Spiel. Dadurch leidet eure Work-Life-Balance enorm. Folgen dieses Ungleichgewichts können für das Privatleben sein, dass für eure Familie, Freunde und eure sportlichen Aktivitäten immer weniger Zeit bleibt. Im schlimmsten Fall könnte euch ein Burnout oder ein Tinnitus eure Versäumnisse in Bezug auf die Work-Life-Balance vor Augen führen. Treffen kann es jeden, der permanent unter Stress steht und keine Möglichkeit hat, sich diesem zu entziehen. Dabei gibt es einfache Wege, seine Work-Life-Balance ausgewogener zu gestalten. Oft wird die Zeit, die bei der Arbeit verbracht wird, nicht effektiv genutzt. Manchmal verzettelt man sich selbst oder wird durch seine unstrukturierte Arbeits- und Ablauforganisation am effektiven und effizienten Arbeiten gehindert. Auch Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden haben Einfluss auf den eigenen Arbeitsstil und das kostet mitunter zusätzliche Zeit, Überstunden und auch Nerven. Durch ein geeignetes Stress- und Zeitmanagement könnt ihr euch zumindest ein paar Zeitinseln schaffen, um ab und an durchzuschnaufen und euren Kopf wieder freizubekommen. Mittlerweile gewinnt das Thema Work-Life-Balance auch bei Unternehmen stetig an Bedeutung. Ein sich selbst ausbeutender Mitarbeiter, der zwar in bester Absicht handelt, wird seinem Unternehmen mangels Kreativität und Leistungsfähigkeit nicht dauerhaft zur Verfügung stehen können und ist daher mit einem hohen Ausfallrisiko behaftet. Dem wollen viele Unternehmen vorbeugen. Wie steht es mit eurer Work-Life-Balance? Steht euer Privatleben hinter euren Karriereplänen zurück, um ein höheres Ziel zu erreichen? Oder hat sich bei euch ohne eigene Absicht ein Ungleichgewicht eingeschlichen? Wollt ihr etwas gegen Dauerstress privater als auch beruflicher Natur unternehmen? Gerne unterstütze ich euch mit einem individuellen Coaching, eure Work-Life-Balance systematisch und nachhaltig zu optimieren. Hat euch das Video gefallen und fühlt ihr euch bei Build Future Mindset gut aufgehoben? Abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like oder schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Für ein individuelles Coaching mit mir, besucht unsere Website und kontaktiert mich per Mail oder telefonisch. Bis bald, euer Denny.